Ja moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MeinColony's Modpack MCMCM... MCMC... Äh... C? Genau, also nicht mehr umso wenig, aber... Jo, wir schauen gerade ein bisschen zu. Ich habe gerade weitergemacht, im letzten Part direkt. Eine neue Aufnahme. Die dritte jetzt in einer Session. Und er baut noch ein paar Justierungen. Die vielleicht der Motor dann einfach im Nachhinein hinzugefügt hat. Und... Genau. Ja. Dann ist er bald fertig mit dem Rathaus. So. Und ja, wir machen ja das Rathaus dann nochmals neu, weil es zu tief ist. Ja, weil die Bauhütte hier... Ähm... Im Rathaus zu niedrig platziert wurde es von mir. Aber das... Das Spiel konnte ich ja noch nicht wissen. Einfach kurz mit der Worldedit zumachen. So, alles wieder gerade machen und dann einfach übersetzen. Ist easy, dauert aber ewig, wenn er jetzt noch so lange hier weiterbaut. Aber war sehr interessant, wie er das gebaut hat. Sieht auch ziemlich schön aus für das erste Mal. Ich glaube aber, das ist eigentlich eines der kleinsten Gebäude. Hat aber auch drumherum halt viel. So, und jetzt wird er wahrscheinlich noch... Ähm... Ich denke mal die Forsthütte zuerst mal. Hier macht er aber noch irgendwas. Gut. Jo, da oben haben wir aber einen Blockfaller anscheinend. So, dann machen wir wieder hin. Er macht irgendwas am Baum nochmal. So, ich hoffe es ist für euch angenehm, wenn ich so ein bisschen zeige. Wir können schon noch etwas anderes machen. Also wir können während dem Bauen auch ein bisschen dekorieren, ringsum oder so. Aber ich möchte ja schon ziemlich alles zeigen können. So, immer müsste ich dann wieder schauen. Wir können ein bisschen an den Wegen bauen. Die habe ich ja extra in Half Steps gemacht. Ähm... Genau den Grund weiß ich jetzt nicht mehr. Ich wollte irgendwie... Ja, sie müssen abheben, oder? Sieht auch schön aus. Leider hier haben wir einfach, ja... Das Absperrband. Also ich kann hier nicht so... Nebenbei etwas dekorieren. Eine Linie machen, oder so. Ja. Zum Beispiel zählen, dass die Dorfbohren dann nicht runterfallen. Wenn ja, bald dann nicht mehr runterfallen, weil es ja gerade ewig ist. Und, ja... Also ich denke, zwei... Ähm... Ja, also... Wir können eigentlich hier beginnen, oder? Und dann 13 hoch machen. Und dann ist einfach da drüben ein bisschen tiefer. Das ist doch besser. So. Dass das Gebäude... Also, dass dort drüben, dort, dann nicht zu hoch ist, oder? Genau. Also schauen wir nochmals. Der Ding ist hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dann müsste ich ab hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und weil der dreizehnte unten sein muss, ist es nur zwölf. Und hier müsste ich den Tisch machen. Okay, ich werde jetzt einfach mal den Kobbelstone machen. Und genau hier, über dem Tisch, mache ich dann die Bauhütte wieder hin. Und ich glaube, in die Richtung muss ich es zeigen. Also muss ich von hier den Tisch dann platzieren. Diese Höhe. So. Okay. Bestanden. Okay. Das haben wir schon mal abgemessen. Und jetzt machen wir einfach die zwei Hütten hier. Ja, die für der Forsthütte und das Bergwerk. Und dann zwei Häuser. Und während den zwei Häuser, oder vor den zwei Häusern, werde ich mal hier alles wieder wegmachen. Und das Rathaus ans Bissen drüber machen. Also eben hier. In dieser Höhe. Gut. Also, jetzt hoffe ich, dass irgendwo der Bauarbeiter noch etwas macht. Dort. Aber ich weiß nicht, was er macht. Can I help you? Ja, aber ich brauche Hilfe von dir. Du musst etwas machen. Er macht jetzt wirklich gerade nichts. Aha. Er teleportiert sich. Was ist mir eigentlich in die Bauhütte? Ja. Gut. Und jetzt? Was machst du jetzt? Aber was hast du jetzt gemacht? Diese Tower. Wird es gar nicht so mitbekommen. Hm. Was du gemacht haben könntest. Hat hier noch ein bisschen dekoriert. Aber sonst hat er ja nicht viel gemacht. Hier ein paar Blöcke gesetzt. Wahrscheinlich hat er einfach nichts gemacht. Okay. Ein Lager für... Ah. Sag doch das. Da hast du die vier Lagerfackeln. Fackeln hat er noch gesetzt. Das ist eine Fackel. Okay. Jetzt macht er einfach noch die Details. Wir sind nur so die. Ah. Und ich hatte hier das Wasser noch gefüllt. Das war ja da nur so vier Wasserpfützen. Wasserstellen. Und das Herzstück. Da war das Rathaus hat zu retten. Ein paar Vorteile. Aber das ist ein cooles Ziel. Aber was ist genau... Für was ist jetzt das Rathaus zuständig? Eigentlich nur zum Versammeln. Kannst du keine Hütte haben? Ja. Du bist bald da. Du kannst bald... Als Försterin. Ich hatte so eine Blondine beim letzten Projekt. Dimensional Adventures. Mod Peck. Aha. Du hast die Dinge reingesandelt. Cool. Ja. Die ich vom Baum habe. Eis. Ah. Das wird zu Eis. Stimmt. Im Schneebier. Das war schon wieder. Es ist zu alt. Gut. Jetzt möchte ich ja nur wissen, was du jetzt gerade machst. Ich glaube, du brauchst so langsam wieder zwei Schaufeln. Eine Axt kannst du auch haben. Eine Spitzsacke rein. So. Und jetzt bitte. Sag, was du machst. Ich glaube, ich muss das aktivieren irgendwie noch. Ich möchte gerne, dass du hier schon mal... Oder eigentlich ist es besser, wenn du den Steinbruch zuerst machst. Okay. Dass du den Steinbruch zuerst machst, damit wir den Stein haben. Ja, bitte sofortiges. Auch Optiongebäude errichten. So. Also, was brauchst du dafür? Schnee... Was schritt? Null von Null. Ich sehe das. Den Bildschirm von vorhin. Ich habe ihn einfach weggekriegt. Also. Er wird das sicher gerade jetzt dann sagen. Hm. Okay. Sehen wir noch dort. Kommst du jetzt nicht mehr runter? Muss ich dich runterwerfen? Oh. Hat er Schaden bekommen? Oh ja. Ist ein bisschen berater. Aber nicht wieder in die Bauhütte. Also, offene Anfragen hat er auch nicht. Verletzungen. Oh, ist negativ. Verletzungen. Tut mir leid, aber du musst auch etwas machen. Hast du hier noch einen Weg nach oben? Ja. Er geht den Weg nach oben. Ich bin so böse und werfe ihn einfach runter, weil er nicht runtergebe. So. Am Berg weg. Sehr schön. Gut. Also, jetzt baut er mal die Sachen ab. Ich helfe ihm mit den Bäumen. Der braucht so lange mit den Bäumen. Weil er ja immer alles von oben nach unten abbaut. Wieso geht's abbauen und dann oben nach unten? Damit er nicht runterfällt und am Schluss nicht hochgehen kann. Keine Ahnung. Gebrauchst du lange. Warum du tust diese Sachen hier nicht weg? Nein, das ist gar kein Baum. Aber hier. So. Und dieser Baum kann auch weg. Das ist nicht gerade sehr schön. So abgehackt. Und der Baum auch. Da ist sogar ein bisschen drüber. Sehr gut. Ja, okay. Der Baum muss auch weg. Es müssen immer mehr Bäume weg. Als nötiger. Also nötig schon. So. Hier haben wir die zwei Schafe. Wir haben aber drei. Platziert. Einen Lama haben wir noch. Ein Schaf ist irgendwo weggegangen. Jo. Da ist ein Frust. Da ist ein Pferd. Da ist ein Fuchs. Jo. Schon cool, wie die sich bewegen. Also wir machen mal hier die Bäume weg noch. Solange. Ich dachte wahrscheinlich noch für die Erde und was zum Weg machen. Ja gut. Ja, da sind es ja viele. Ich freue mich leider. Ist ja auch ein Wald. Schön. Fichtenwald. Ich liebe die Fichten. Schnee-Tigers. Sehr. Leider gibt es sie sehr wenig. Ich hätte gerne mehr Schnee-Tigers und weniger. Nicht Schnee-Tigers. Gemäßigte Tigers. Oder nicht so kalte Tigers. Da wollte er sich einfach einen Baum noch drinnen verpicken. So, aber der ist auch sehr schlecht. So, wunderbar. Okay. Genau. Jetzt hat er hier schon mal ein bisschen abgebaut. Das sieht man. Da ist ein Stück vom Käse weg. Ich bin mal gespannt, weil bei den Asiaten sah es ja so aus, als würde es tief runter gehen. Und dann erst später gemeint werden dort. Das war es. Es war wie eine Ruine. Als würdet ihr irgendwie so eine Ruine vom Spiel nehmen. Und das einfach, ja, ein bisschen mehr aufteilen. Also wir müssen steinkreismäßig und so. War echt schön, aber mir fehlten ja die Blöcke im Mod drin. Also, ja, in Minecraft. Und deshalb konnte ich das nicht zu Ende bauen lassen. Aber die Parts und Livestreams seht ihr ja. Ja. Auf meinem Kanal irgendwo. War ziemlich cool, bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich da diesen einen Block, den ich hier habe, in der Hand, nicht mehr herstürmen konnte. Der existierte sozusagen noch nicht. Aber das Spiel, mein Konnis wollte ihn ja haben. Aber der Block existiert nicht. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen abkürzen. Hier könnte es ein bisschen tiefer reingehen. Und hier kommt vielleicht ein Stein, also eine Mau, also eine Wand hin. Oder hier geht es tiefer um. Aber ein Bergweg, das nicht tiefer runter geht, oder rein in den Berg oder so, ist natürlich nicht gerade sehr effizient. Das fährt sich so lustig aus. Hallo. Es sieht für mich wie zwei Menschen aus, die so ein Kostüm tragen, hinter und vorder. Sieht jetzt nicht gerade sehr mega realistisch aus, natürlich. Muss es ja auch nicht, aber es sieht einfach merkwürdig aus. So, direkt mal überspringen. Vielleicht spät ist es nicht mehr so gut, weil die Leute sich nicht aussuchen können. Vielleicht ist es negativ dann. Aber solange jetzt einfach nichts passiert in der Nacht, muss es auch nicht nachts sein. Es sind schon zwei Pferde hier. Und der Frosch hat sich aber befreit, der hier unten. Ich denke, das war der. Cool. Ja. Ich könnte eigentlich auf dem nächsten Part schon mal hier alles neu machen, denke ich mal. Aber ich muss wie irgendwie noch warten, weil er jetzt gerade an diesem Gebäude baut. Also ich denke, wenn er das Gebäude hier gebaut hat im Part, dann mache ich es. Ich hoffe, ich habe dann einfach mehr Zeit. Weil ich wahrscheinlich wieder die ganze Zeit hier stehen muss und die Nächte überspringen muss. Und oh. Ich habe keine Lust habe, nochmals das zuzuschauen. Ja, und Minecraft ist immer im Hintergrund dann immer eigentlich auf... Nein, es geht, wenn ich Enter drücke. Ich kann ja so die Maus nicht wegmachen. Ja, wenn ich Enter drücke, dann habe ich den Chat und dann kann ich Minecraft sozusagen beenden. Rüberswitchen auf den anderen Bildschirm. Und nebenbei irgendwie Filme schauen oder spielen. Ja. Cool, aber ich finde es so geil, dass so ein Mod da ist. Die einfach ein bisschen auch zuschauen können, sehen können, wie man schön baut und so. Ich habe ein bisschen wenig Inspiration, weil einfach nicht mehr so viele Let's Player, also Videomacher und Live-Streamer so Projekte vorstellen. Oder einfach so mit für andere oder für sich selber irgendwie etwas Schönes gestalten. Muss wieder mehr geben. Es gab immer so die Longplays, wo sehr viele schöne englische YouTuber, also englischsprachige YouTuber hatten, die wirklich schön gebaut haben. Aber das ist damals 1.10, 11 gewesen. Und ich hatte damals auch noch nicht so viel Lust, jetzt immer extrem hübsch zu bauen. Aber ich weiss noch, als da diese Trockenbetons kamen, haben ganz viele mit Trockenbeton gebaut. Aber in 1.11, glaube ich, in 1.12 dann hat niemand mehr mit diesen Blöcken gebaut. Mit Terracotta ja noch. Aber so neue Blöcke haben mich eigentlich nicht immer so gut motiviert, weil ich eher mit 1.7, 10 immer Mopeks mit schöneren Blöcken hatte. Und mit 1.13 habe ich ja sozusagen eigentlich ein wenig mein Tief in meinen Käff gefunden. Und dann habe ich nicht so Lust gehabt, bis ich glaube ich mit 1.16 das Neffe kam und das Neffe einfach viel schöner aussah, dass das Netterrack einfach wieder schöner und genießbarer aussah. Und dann habe ich eigentlich wieder das Interesse sehr gehabt, mein Käfft wieder weiter schön zu gestalten und alles mögliche. Aber ich bin halt nicht mehr so der Survival-Fan. Ich mag das Survival nicht so. Ich habe jetzt auch letztens auf dem Server da einen Tod gehabt. Mich stört das immer, dass ich die Items verliere und alles wieder neu machen müsste. Ich mag Survival echt nicht. Bin einfach wegen meiner Nervenkrankheit auch ein bisschen zu fest eingeschränkt. Und ich habe ein paar Kollegen, die immer mit mir Survival-Spiele spielen wollen. Und ich muss ja nicht immer wieder ein bisschen sagen, nee, das ist eher nichts für mich. Sieht jetzt gerade sehr mystisch aus. Ein bisschen weniger, aber das Pferd. Das Pferd hat einfach mal gesagt, ja jetzt setze ich mich mal voll auf das Bergwerktabel und genieße es dort oben. Und dann so, oh nein, Drago beobachtet mich. Bitte nicht. Was ist denn das für ein Fieder? Ah, das ist einfach ein Dorfbund. Ich habe das gar nicht als Schrift gesehen, ich habe nur das gelbe Ding gesehen. Jetzt, ah nein, es sind immer noch zwei. Aber alle Pferde landen irgendwann mal dort unten. Ah, da ist das letzte Pferd. Da haben wir vier, ich glaube wir haben vier gespawnt Pferde. Drei Schafe. Aber ich weiß nicht, wo das letzte Pferd ist. Hier ist der Dorfbund. Es könnten überall hier unten noch Tiere sein. Und Vögel. Vögel hört man wenigstens auf Tiere. Die sind verschuldet. Ah, hier sind die zwei, die hier vorne waren. Aber hier ist nichts. Gut, was ist das? Erdbeer. Erdbeeren. Da ist ja auch das andere Pferd. Gut. Schön. Und sonst ist vom Spiel nichts passiert worden. Also, wusste ich doch, dass du irgendwas brauchst. Ja, du brauchst irgendwie nichts. Also, ich habe dich jetzt angeredet mit dem rohen Ding. Aber irgendwie hast du jetzt gerade nichts. Ah, da sind aber andere Fragen jetzt. Bruchstein und Leit. Oh, immer Bruchstein. Bruch. Die Bruchen. Und die Leit. Die Leit und R. Die Leit ist weiblich und er ist er. Ist männlich. Nimm du das da. Du brauchst es. Ah, okay. Jetzt setzt du. Oh, interessant. Aber wie können die jetzt fliegen da? Da musst du ja bei. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Wieso machst du jetzt hier alles zu? Ah, okay, ja. Dann macht er hier das Schacht. Aber du, du tust dich einsperren. Ja, ich glaube, er gräbt rund und geht irgendwie hier drüben. Und dann er leitet wieder hoch. Aha. Und du machst hier auch wieder zu. So gerade. Schön. Ja. Ja. Wie die Bauern. Ah. Puh. Oh. Ja, die Steinmauer. Ziemlich hüpf. Was ist alles Koppelstone? Mit neuen Texturen. Ist jetzt noch nicht gerade sehr edel. Man bedenkt eigentlich, ist der Koppelstone immer so ein bisschen verhasst bei den Bauherren. Bei den Leuten, die hier das bauen, weil es einfach nicht so gut aussah. Und jetzt, ja, sieht schon ziemlich gut aus jetzt in diesem Mod-Pack. Also dieses Texte-Pack, diese Überarbeitung auch von der Erde und so. Sieht auch nicht so schön aus. Also, die da ein bisschen anders sein können, ein bisschen schöner. Aber so, ich glaube, doppelt so viele Pixel- oder Fox-Layer-Auflöser. Ja, das ist doch sehr schön, Mann. Ich warte sowieso schon Ewigkeiten auf einer, der ein Texte-Pack machen könnte von mir. Nicht, der einfach ein bisschen dunkler macht alles. Bisschen realistischer. Bisschen mittelalterlich oder so. Fantasy. Aber, ja, außer einem, den Alufolie, hier ist der, cooler Name übrigens, hat eigentlich niemand so richtig gut für mich ein Ressourcen-Pack gemacht. Aber, hey, das sieht so geil aus, da mit diesen Werkbänken, also Regal und, ja, die Werkbank und die Balltür. Das ist alles ziemlich hübsch. Das muss man sagen, wirklich, der Mod ist so schön designt, das zeigt, das gebaut wird, sieht immer so schön aus. Also damals, was wirklich noch nur ein einziges Setting war, oder am Volk sozusagen war. Da habe ich manchmal so ein bisschen gedacht, ja, könnte das nicht mehr sein? Wir haben so die Gärten und so. Oh, schon fertig in einem Part? Geil. Okay, dann machen wir das Nächste schon. Und dann können wir hoffentlich dann, ja, bald. Dann mache ich noch ein Haus im nächsten Part vielleicht. Bauzeltgebäude errichten. Und er hat nur zwei Sachen noch gebraucht. Richtig cool. So. Wieso habe ich das tiefer gesetzt? Weil das irgendwie... Ich weiß nicht genau. Weil ich es einfach tiefer wollte. Weiß ich nicht mehr so genau. Also wir machen mal noch den Schnee weg. So, hoffentlich schneidet es nicht dann. Und hoffentlich macht er gleich weiter hier. Ah, es wird sowieso dunkel. Aber hier haben wir wahrscheinlich die Vorschau dann gesehen. Und dann gesehen, dass es besser ist, wenn es ein bisschen tiefer ist. Genau. So, dann kannst du direkt gut hier bauen. Lass mal anfangen. Also, wo bist du, Bauarbeiter? Die rangeln. Oh, die... Ja gut, wenn sie rangeln. Dann haben sie ja etwas vor, sich zu multiplizieren. Gut, ähm... Überspringen wir das mal. Ah, weiterhin. Ah, jetzt machen aber andere. Er hat jetzt den Shop-App bekommen. Ja, Bergwerker. Gut, hat er es geschafft. Keine Frau. Also schauen wir kurz mal ihm nach. Und... Ähm, und... Wollt ihr noch kurz schauen, wo der Bauarbeiter ist? Da drüben? Hallo? Hä? Nein, ist das der Bauarbeiter? Ne, du bist ja eben der Bergarbeiter. Ah, hier ist der Bauarbeiter. Gut. Ja, stolz. Ähm, und das ist eine Frau. Ah, haben wir drei Männer? Ich dachte, die haben alle zwei Frauen noch. Müsst ihr doch eigentlich? Hm, keine Ahnung. Ja, oder es ist ein neuer gekommen. Und uns fehlt eine Frau. Wo sind die Frauen hier? Ich sehe gerade gar keine Frauen. Ja, ja. Die sind wieder irgendwo. Ja, ja, die sind... Die sind immer auf der Walz. Frauen sind natürlich das stärkere Geschlecht. Die müssen natürlich irgendwas machen. Fürs Rommeln, nüben. Ich weiß nicht. Also jetzt habe ich gerade gar keine Übersicht mehr auf die Dorfbohnen. Haben wir eigentlich irgendwo eine Anzeige? Okay. Ja, und jetzt... Ja, weg. Dankeschön, dass du so lange gebraucht hast. Äh, ja, ich bin nämlich sehr beschäftigt. Hier zu schauen irgendwie. Kinder in der Schule, gut. Ja, okay. Genau, hier sind die Jobs. Okay, hier können wir ein paar Sachen aufstellen. Aufträge, nein. Ich möchte eigentlich die Übersicht... Die Übersicht über die Menschen. Bürger hier. Ah, hier. Also Kelly ja ist irgendwie durchgeschickt. Also ist... Nicht da oder so. Ist die gestorben? Was ist mit der passiert? Wiesenbürger. Ah, ausgewählt. Das ist der Bergarbeiter. Jetzt habe ich ihn zurückgeschickt. Okay, jetzt verstehe ich. Das ist einfach die Auswahl. Hätten Sie noch ein bisschen besser markieren können. So, also. Du musst jetzt eben ein bisschen arbeiten hier. Schauen wir mal. Nichts gemacht. Er kommt hier runter. Er muss aber hier gerade einen Block wegmachen. Sonst kommt er hier nicht unten drunter. Und wie sieht das so aus hier? Ja, hier hat er ein bisschen Holz hingetan. Das sieht ein bisschen schlecht aus hier. Das ist auch geil. Pizza ansammeln bitte, liebe Frau des harten Geschlechts. Beinharte Frauen. Wo sind sie? Wir sind unsichtbar. Wir können sie nur hinschicken, aber... Das ist der Hausherr, der Ratzherr. Ja. Definitiv. Der wird noch Bürgermeister. Ich finde Frösche, so cool. Und der Kardinal ist immer noch hier. Ah, die einen Kardinal, weil sie genauso lustig herumflöten wie die Kardinale der Menschen. Ist Kardinal nicht der höchste Rang eines Bischofs? Der Bischof ist aber weiter unten. Und ähm... Ja, der Pfarrer ist noch weiter unten oder so. Keine Ahnung. Was brauchst du? Ja. Ich mache Platz. Was brauchst du denn momentan nicht? Diese sind jetzt hier hoch aufgestellt. Nein. Also was brauchst du mal nicht? Das gelbe Bette brauchst du nicht. Dann hast du keinen Stock. Wieso hast du jetzt das Brot wieder hier hingetan? Ich glaube, Erde brauchst du nicht so viel. Ja, ich will ein bisschen Erde dir geben. Ja, das sollte reichen. Gut. Ja, ja, piep, piep. Es kommt niemand hier aufzuräumen. Die kann ich eigentlich wieder platzieren. Nein, ich kann sie nicht platzieren. Wieso kann man immer noch keine Pieze platzieren? Doch, eigentlich schon. Aber sie haben zu wenig Licht. Oder zu viel Licht. Genau. Okay, aber irgendwo anders platzieren. Muss ich doch retten. Kann man nicht. Es braucht noch dunkel. Ja, irgendwie in diesem Moppe hat man irgendwie nicht so Schatten. Ah, hier. Okay, die zwei Pieze haben wir gerettet. Gut. Es sind sieben Pieze, aber zwei habe ich angesagt. Naja. Ich glaube, ich mache einen Piezelack. Unten in der Höhle. Ja, weiß einer, wie man die Schatten sichtbar machen kann? Ist einfach vom Moppec irgendwie deaktiviert worden? Hm. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Es sind auch schon wieder 32 Minuten nach. Ja. Und ja, gerne einfach ein bisschen Feedback, ein bisschen Kommentare schreiben. Gut. Ich werde es gar nicht mal beenden hier. Also, weggehen, damit er nicht weiterbaut. Und genau, ich muss noch Screenshots leider machen. Ja gut. Also dann, tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.